Ein Vierfamilienhaus in Freiburg-Kappel auf einem Grundstück mit 618 Quadratmetern und über 250 Quadratmetern Wohnfläche, eine sehr gute Kapitalanlage, die zeige ich Ihnen jetzt. Von diesen vier Wohnungen zeige ich Ihnen heute die Obergeschosswohnung und die Dachgeschosswohnung. Die Wohnung hier im ersten Obergeschoss ist seit 14 Jahren an eine sehr nette Familie vermietet. Sie ist sehr gepflegt, das werden Sie jetzt an der Besichtigung sehen. Hier zur rechten Seite beginnen wir mit der Küche. Wenn Sie mir folgen, ist hier zur rechten Seite praktischerweise noch eine Garderobe mit einem Abstellraum und es geht weiter ins Badezimmer. Gegenüber ist das Kinderzimmer. Hier links das Schlafzimmer mit Zugang zum Balkon. Und das Wohnzimmer. Und hier geht es zum Balkon. Und jetzt zeige ich Ihnen die Dachgeschosswohnung. Auch die Dachgeschosswohnung ist an eine sehr nette Familie vermietet. Wie Sie hier im Grundriss sehen können, ist rechts die Küche, das Kinderzimmer, das Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und der Abstellraum. Hier unten im Untergeschoss ist eine vermietete Einliegerwohnung. Hier sind die Kellerräume und hier ist der Raum mit der Heizung. Diese wurde im Jahr 2018, 2019 neu eingebaut. Zum Haus gehören die Stellplätze und die zwei Garagen. Als zukünftiger Eigentümer stellen Sie sich bestimmt die Frage, was muss in diesem Haus oder an diesem Haus noch investiert werden. Was Sie auf jeden Fall nicht machen müssen, vor einigen Jahren wurde zur Energieeinsparung eine Wärmedämmung aufgebracht. Die Fenster wurden erneuert und wie ich bereits gesagt habe im Untergeschoss, die Heizung wurde auch erneuert. Was sicherlich sinnvoll wäre, wäre die Erneuerung der Eingangstüre. Hier könnte man mit Sicherheit noch den ein oder anderen Euro in der Nebenkostenabrechnung einsparen. Wir sind jetzt am Ende der Besichtigung angekommen. Ich bin wieder hier zurück in unserem Büro. Ich hoffe, das Immobilienangebot hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schreiben Sie uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet. Wir werden Ihnen daraufhin alle weiteren notwendigen Informationen und auch ein Exposé zukommen lassen und dann einen finalen Besichtigungstermin mit Ihnen vereinbaren. Ich freue mich auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie vor allem gesund. Ihre Bianca Hauser Holen Sie sich keinen Makler. Holen Sie sich die Hauser aus von Easy Home.